So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crysis 2 mit dem Supergramp heute auf Supergramp slash User, sonst was, ne, YouTube. Das ist auf jeden Fall hammer nice, dass ihr wieder eingeschaltet habt, finde ich super. Und jetzt sind wir hier letztens stehgeblieben und haben erstmal Spurending in die Luft gejagt. Und jetzt können wir hier auf jeden Fall erstmal weitermachen und mal schauen, was wir noch in die Luft jagen können. Jaja, oh man ist das dunkel hier, ich sehe gar nichts. Und das hat sich jetzt natürlich geändert. So. So, mal schauen. Ist es da heller? Ne. Oh, da ist jetzt auf jeden Fall noch Munitione, die wir nicht mitnehmen können. Hammer geil. So, und, äh, ja. Taktische Optionen sind schon wieder verfügbar. Da können wir was verlassen, da können wir Nachschub aufnehmen, brauchen wir nicht und da können wir was flankieren. Ich würde mal sagen, verlassen wir es doch einfach und geben die Scheißkerle einfach mal heute. Weil wir haben letztes Mal viel zu frontal gekämpft und letztes Mal... Toll, was? Wie ein Korallen-Ökosystem. Kann es da noch Zweifel geben, dass diese Kreaturen sich in einem Ozean entwickelt haben? Sabotiere die Sporenleitung. Stelle eine Verbindung zu den Sporenparen her. Alter Schwede. Alter. Ja, okay, also... Hä? Wo ist er hin? Was? Dies ist schön, hört ihr das? Dies ist schön. Oh, fuck. Moment. So, den haben wir uns jetzt auch geholt. So, den haben wir uns jetzt auch nochmal geholt. Was? Wo seid ihr denn alle? Ach, egal. So, wollen wir uns gleich nochmal schnell... Jetzt wollen wir uns schnell Munition. Da oben ist der andere Scheißkerl. Die zwei anderen Scheißkerle. Scheiße. Jetzt haben wir natürlich gefailt. So wie sich das gehört. Für mich. Kacke. Okay, jetzt nochmal schnell nochmal oben. Alter, ist das heftig. Kann es da noch Zweifel geben, dass diese Kreaturen sich in einem Ozean entwickelt haben? Sabotiere die Sporenleitung. Stelle eine Verbindung zu den Sporenparen her. Dann wird er die Welt. Da sind wir jetzt mal ein bisschen taktischer vorgegangen heute. Und jetzt mal gucken, wo wir hier lang können. Da ist die Nutte, ey. Dieses Scheißteil. Komm her. Wo haben wir das C4? Okay, jetzt geht's. Hier ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Yeah, ist tot. Eika, weg hier. Was? What the fuck? Komm her. So, haben wir es. Wir sind so tot. So. Mal kurz Waffe wechseln. Ich sagte Waffe wechseln. Sehr schön. Geh nochmal kurz langrennen. Und da. Und da unten ist auch noch einer. Komm her, du Muschi. Muschi, komm her. Komm her. Ich weiß, wo du bist. So. Und jetzt mal schnell dahin rennen, nachdem wir hier mal kurz die Nanokatalysatoren nochmal was gekauft haben. Äh, Annäherungsalarm. Ach, scheißen wir jetzt einfach mal drauf. Ich glaube, wir sollten uns mal beeilen, damit wir uns hier mal... Und so. So, das benutzen wir jetzt einfach mal. Bäh. Boah, ich glaube, das ist nicht so schön. Aber Sie müssen das Ganze bei den anderen Röhren wiederholen. Dann müsste das gesamte System unter Hochdruck stehen. Ja. Das ist unser Ziel. Dann, äh, bewegen wir uns jetzt mal gleich, äh, irgendwo hin. Wir müssen jetzt lang. Ich weiß es nicht. Geh mal da hinten hin. Äh, folgen wir mal den Leitungen. So, da geht ja eine lang. Und deshalb gehen wir jetzt hier auch mal lang und so, ne? Wisst ihr Bescheid? Und ja. Mh, sehr schön. Mama. So. Kontrollpunkt. Einmal duken. Ja. Ich würde mal sagen, da wir jetzt hier, äh, einen Kontrollpunkt erreicht haben, werde ich jetzt mal kurz, äh, für heute Schluss machen und mich heute mal den, äh, wichtigeren Dingen des Lebens widmen. Und, äh, ich werde, äh, den Rest der Folge, dem Zukunfts-Super-Gramp, äh, überlassen. Also, nicht wundern, wenn ich jetzt kurz weg bin. Wir sehen uns ja gleich wieder. Also, bis gleich. Tschüss. Tschüss. Tschüss.